Glück auf und ich hoffe, ihr habt euer Insektenspray mitgebracht, denn heute geht es tief in den Sumpf. Wir sind ja noch immer in Schwarzwasser unterwegs und ich würde sagen, es wird jetzt mal Zeit, dass wir anfangen, hier das Gebiet zu erkunden. Wir haben hier wieder so kleine Wege, die wir vielleicht als Begrenzer nutzen können, also gucken wir uns erstmal hier um, würde ich sagen. Wo ist denn der Wege überhaupt denn? Ach, das ist der, der wir gekommen sind. Gut, na dann passt das ja wunderbar. Mal gucken wir nochmal schnell hier, ob hier irgendwas ist. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe und hier scheint auch nichts zu sein. Und dann gehen wir mal schön weiter, bis wir zum nächsten Weg kommen und so erkunden wir wieder Stück für Stück das Gebiet. Das war ja eigentlich immer alt bewährt, Drosselwurz, das klingt lustig. Oh, meine Stiefel kann ich heute Abend sowas von putzen. Die sau ich mir richtig ein mit dem Sumpfleben hier. Hallöchen! Gibt es hier Dinge, die man sammeln kann? Sag mal, bis wohin komme ich denn hier? Ah, 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 bis nirgendwohin ich rutsche. Ogerblatt! 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 Was sind das immer für komische Geräusche hier? Da kriege ich ja Angst. Ogerblatt! Oh, ist das widerlich, dass ich hier durch den Sumpf rennen muss! Oh, hier wächst was hübsches. Ah, Warane! Ich hätte es ahnen können, dass hier solche Biester sind! Oh shit! Ah, 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 ah! So, erst mal fett Erfahrung gesammelt. Der nächste bitte. Zack! Oh, jetzt habe ich eine ganze Meute angelockt, hä? Komm schon! Gut! Was ist los? Au! Keine Fernkampfattacken, das ist unfair! Autsch! Jetzt lasst das halt! Okay, erledigt. Also hier können wir uns schon mal darauf einstellen, dass wir hier vor allem gegen Warane kämpfen werden, wie es aussieht. Gut! Jetzt gehen wir wieder Richtung Hütten, dass wir hier das kleine Waldstückchen auch mitnehmen. Hier wächst jede Menge Sumpfkraut, mal sehen, was wir damit noch Schönes machen können. Ein paar Mana-Pflänzchen nehmen wir auch gerne mit. Hier ist auch wieder Sumpf, Sumpf vom Feinsten. Und das hier gehört schon wieder mit zu Schwarzwasser, Gott! Ich war das nicht! Zack! Der kam nicht mal zum Angriff, ich bin gut. Oh, da ist noch einer. Habe ich gerade so ganz spontan gesehen. Zack, zack! Zack! Zack, zack, zack! Zack, zack! Zack, zack! One, two, ah, zack! Uah! Gut, also mit dem Warane komme ich eigentlich ganz gut klar. Die sind nicht so schwer. Die sind ganz fein. Ganz feine Gegner sind das ganz liebe. Ganz... Oh, da ist eine Höhle, da kriege ich Angst. In Höhlen hausen immer Höhlen-Tiere und Höhlen-Tier... Oh, Lappenruh! Wie viele von euch gibt es denn hier? Ich meine, ich finde es ja schön, Erfahrung zu bekommen, ne? Aber ich bin ja hier einfacher Wanderer-Mensch. Ich wollte die Gegend erkunden. Und zwar in Ruhe. Zack, zack, zack! Willst du Ärger haben? Kannst du haben. Da kommt direkt der Nächste, den ich verkloppen kann. Und erledigt das Ganze. Aber ich habe schon Respekt davor, ne? Ich habe hier ganz schön Erfahrung jetzt schon gesammelt. Weil die Biester ganz schön Erfahrung auch bringen. Und es gibt auch so viele von denen. Boah, da ist noch einer hinten. So. Jetzt noch zu dir! Ey, ich darf doch mal hier durchkommen, oder? So. Jetzt brauche ich doch mal eine kleine Bandage. Und am besten noch eine hinterher. Weil die haben jetzt doch ganz schön zugelangt. Wo ist denn der andere? Hier. So, und hier hinten ist schon wieder Schwarzwasser. Da sollten wir jetzt soweit erstmal fertig sein. Sollen wir jetzt mit diesem ersten Gebiet, das wir uns hier ausgesucht haben. So, wie sieht es jetzt überhaupt aus? Das Stück hier haben wir kontrolliert. Hier ist noch ein hübsches kleines Stück zwischen den Höhlen. Das können wir uns auch angucken. Da können wir auch Spaß haben. Und ich glaube, ich kriege es irgendwie gleich im Hals. Ich weiß gar nicht warum. Also wenn ich es gleich im Hals habe, ne? Es tut mir voll leid. Was ist denn hier jetzt? Ah. Ich habe doch genau gesehen, dass da was rumgeflogen ist. Oh, hallo. Ach, die habe ich schon verprügelt. Ja, dann tut mir das natürlich ein bisschen auch leid, ne? Dass ich hierher komme und die ganzen Tiere platt mache. Spinnennetz. Was auch immer ich mit denen anfangen soll. Hey, da oben ist noch eine Höhle. Das ist ja mal Spannung pur und das hier ist der andere Weg, ne? Ich weiß nicht, ob wir die Höhlen schon betreten sollen, weil eventuell gehören die ja zu Aufgaben. Aber andererseits ist das ja auch relativ egal, ne? Also ich würde sagen, wenn wir einmal hier sind, können wir auch die Höhlen mitmachen, ne? Wenn die alle nicht mit uns reden, bevor wir die Lurker platt gemacht haben, da können wir auch richtig erkunden hier. Oh, die Höhle sieht aber giftig aus. Hör mal mit dem grünen Dunst. Und es ist so ruhig hier. Zu ruhig. Oh, shit. Verschwinde! Da fällt mir ein, ich habe ja noch das Bolzenrezept. Das wollte ich mir mal anschauen. Ah, nein, falsche Tasten. Nicht gut. Oh, Respekt. Lass das. Lass das, habe ich gesagt. Weg. Hush. Zack. So, und jetzt aber wirklich mal hier zu dem... Geringe Mana-Tränke haben wir schon. Das ist der See gebolzen. Niederes Elixier Arcana macht. So, was sind denn das jetzt für komische Bolzen? Ach, dafür bräuchte ich normale Bolzen. Das ist ja wunderbar, weil normale Bolzen kann man ja bisher leider nirgendwo groß kaufen. Das finde ich schade an dem Spiel. Man wird hier eigentlich mehr oder weniger dazu gezwungen, den Bogen zu benutzen. Weil es schlichtweg keine Händler gibt, die Bolzen verkaufen. Oder wenn, dann nur ein paar. Das ist schade. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? Erstmal bandagieren am besten, würde ich sagen. Hey, wir haben genau 300 Lebensenergie. Wir sind knallharte Bürschlein. Voll die verworrene Höhle. Dann weiß ich gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll, ey. Ich probiere es mal hier oben. Weg. Weg. Push. Na, na, na. Du wirst mir doch wohl nicht zu nahe kommen wollen. Ah, ah, ah. Okay. Ganz ruhig, ihr kleinen Lieblinge. Meine kleinen Lieben. Ihr müsst mich doch nicht beißen und vergiften. Da ist noch einer. Die ganze Höhle hier mache ich sowas von sauber. Oh, das hat den nicht weiter gestört. Oh, das aber schon. Da kommt er jetzt angehechtet vom Feinsten. Und tot ist er. Schattenhäuptlinge. Die nehme ich auch mit. Da haben wir noch einen Kohlevorkommen. Oh, hier ist auch irgendwas, hä? Habe ich da gerade was gesehen? Ne, gut. Man kann sich auch mal täuschen, ne? Das ist eine ganz schön große Höhle hier, Mensch. Wo war denn überhaupt der Eingang? Der war hier. Wir sind hier lang gegangen. Und hier ist jetzt unser erster Scheideweg. Wenn wir hier lang kommen, kommen wir wahrscheinlich hier oben wieder raus. Also würde ich zuerst hier lang gehen. Das sieht auch so aus, als wäre das ein Endstationchen, ein Sackgässchen. Können wir ja mal schauen, ne? Was da Sache ist. Schattenhäuptling. Hauptsache hier ist nichts, das uns töten will. Oh, doch. Wenn du ärger willst, komm... Ah, shit! Wo kommt der denn jetzt her? Halt ran. Komm schon, wieso kriege ich immer an der Seite Schaden? Okay. Jetzt haben wir dann noch einen Fernkampf-Bürschli. Au. Der uns auch ganz schön hart ran nehmen will. Und der sich auch nicht so gut treffen lässt. So. Wo ist der andere? Hier oben. Eine spannende Höhle ist das hier, Leute. Eine spannende Höhle. Voller Überraschungen und todbringender Gestalten. Und wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und hier steht irgendeine Truhe. Darin finden wir eine Einhandwaffe Streithammer mit 24 Schaden. Der ist, glaube ich, besser. Ring des Mystikers. Brauche ich aber nicht. Diamant und Gold. Ja, unsere Axt macht 23. Der Hammer hier, der macht einen Punkt mehr. Also kloppen wir jetzt schön mit einem großen Hammer drauf. Machen wir mal einen auf Bob, der Baumeister hier. Boah, der sieht schick aus, der Hammer. Der tut bestimmt ordentlich weh, wenn man den an den Kopf kriegt. Und mit meinem Sackgassenprinzip hatte ich ja jetzt voll recht, ne? Jetzt können wir nämlich in den anderen Stollen reingehen. Man kennt die Höhlen in diesem Spiel halt irgendwann, weil die alle relativ gleich aufgebaut sind. Gibt es hier noch irgendwas? Ne. Nur noch ein paar Pilzchen und da ist noch ein Vorkommen. Nehme ich auch mit. Falls man es mal gebrauchen kann für irgendein Rezept. Ich habe da was Glitschen gehört. Ich mag Glitschgeräusche nicht. Aber ist doch eigentlich recht friedlich. Oh, ein vergessenes Grab. Boah, hier finden wir aber einiges. Morsmortis. Eine Belia-geweihte Henkers-Axt. Wie sie in den Sumpf geraten ist, wissen nur die Toten. Ein Hieb mit dieser Axt hat eine Wahrscheinlichkeit von 20% den Gegner für zwei Sekunden mit Blitzen zu lähmen, die 90 zusätzliche Schaden verursachen. Wenn das Opfer bereits schwer verletzt ist, wird es durch die Axt hingerichtet. Boah. Rune der schnellen Hand. Diese Rune erhöht die Reflexe des Anwenders und erlaubt ihnen, die Welt wahrzunehmen, als würde die Zeit langsamer verstreichen. Die Rune klingt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wo habe ich es denn? Hier bestimmt. Ja. Bei vielen Gegnern ist das bestimmt ziemlich nützlich, wenn alles ein bisschen langsamer läuft. Außer man selbst. Also ich glaube, die Rune zu finden ist lohnenswert. Hier finden wir noch Rubin und ich glaube, Obsidian war auch mit vom Partite Tee. Hier haben wir noch einen Schattenhäuptling. Da oben ist ein Vorkomm, ich sehe es genau, ich will da hin. Ein bisschen Eise muss sein. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir die Rune mal aus. Mit der Acht. Äh. Ich dachte, dann läuft alles außer man selbst im Zeitlupe. Was ist denn das für eine nutzlose Rune? Hör mal. Die Rune ist für ein Hintern. Oh oh. Na gut, die Gegner sind noch langsamer mit der Rune, aber die Rune hält halt nicht lange. Das ist das eigentliche Problem. Aber man kann sie durchaus mal benutzen im Kampf, kein Problem. So, wo müssen wir noch erkunden? Hier hinten stehen noch Pilze rum. Die wollen wir mitnehmen. Das Vorkomm, nehme ich auch mit. Und dann geht's weiter. Doch auch eine ganz schön große... Das war mein Pilzschrei. Zack, zack. Zack, zack. Oh yeah. Oh nein. Von mir aus könntest du auch gerne sterben. Macht er auch bereitwillig, das ist nett. Jetzt kommen wieder die ganzen Bandagen hier zum Einsatz. Sonst habt ihr hier nichts. Gut. Da sind noch mehr von euch. Ich seh's. Und ich bin euer Untergang, falls ich treffen könnte. Ey, sag mal. Ich zier doch voll auf die Bestie. Wieso treffe ich denn die nicht? Ha! Endlich mal! So, jetzt probieren wir's mal nochmal. Also ich finde diese Rune trotzdem irgendwie recht sinnlos, wenn ich das mal sagen darf. So, erledigt. Ja, also die Rune, die werden wir bei nächster Gelegenheit wohl verkaufen. Die ist ja mal gar nichts wert. Das dumme Stück. Zack. Zack, zwei. Zack, drei. Was bist du? Das ist doch ein Snapper! Ein entlaufender Snapper, das ist bestimmt irgendein Questmonster. So, und was krieg ich von dir? Reißzahn eines Snappers. Alchemistische Zutat. In der Hoffnung, so flink und wild wie ein Snapper zu werden, haben sich von Urzeiten primitive Völker von aufergaren Snapperzähne durch die Haut gebohrt. Aua. Ihre Nachfahren haben zur Überraschung entdeckt, dass die Zähne zwar malen und als Trank verb... ...abreicht tatsächlich eine derartige Wirkung aufweisen. Na, ich hab doch alles genommen. Mach zu. Äh, wollt ihr mich jetzt flachsen? Ah, es passiert was. Au! Hilfe! Du kannst doch nicht einfach nicht mehr zugehen und dann doch zugehen und mich dann so einer Attacke aussetzen. Da krieg ich doch Angst. Hey. Wieso treff ich dich denn nicht mehr? So. Blödes Vieh. Fahr zur Hölle und so. Rennt hier ein Snapper rum? Ich fass es ja nicht. Der hat mich voller Schrock. Auf einmal kommt da was an. Gerannt von der Seite. Ich glaub ja wohl, ich bin im falschen Film gelandet. So. Und ich glaub, jetzt sind wir auch fertig mit der Höhle hier. Weil hier sind wir ja jetzt wieder am Ausgang. Sehr schön. Na, da haben wir ja in diesem Video doch ganz schön was erlebt und vor allem auch ganz schön Erfahrung gesammelt. So. Wir haben schon ein ganz schönes Stück von dem Gebiet jetzt erkundet. Und beim nächsten Mal nehmen wir uns das nächste Gebiet vor. Das scheint ein bisschen größer zu werden. Also macht euch mal auf einiges gefasst, würde ich sagen. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Und Tschüssi! Danke jedenfalls fürs Zuschauen.